Wir haben das Thema Bisexualität, wir haben Probleme mit Eltern, wir haben Mobbing, wir haben Erwachsenwerden, Erste Liebe, jeder, dass jeder Mensch einfach so ein bisschen verrückt ist und das Verrücktsein auch ein bisschen gut ist. Wir haben Toleranz, Selbstbewusstsein, Loslassen lernen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte in meiner Reihe, die Jugendliteraturbuchpreisträger, die Reihe fortsetzen, denn ich habe vor einiger Zeit schon die Gewinner der letzten Jahre vorgestellt. Ich habe eine Playlist erstellt, in der alle Jugendbuchpreisgewinner einzeln rezensiert sind. Da könnt ihr da mal reinklicken. Und ich habe im Zuge dessen natürlich auch den aktuellsten Gewinner von 2020 gelesen. Es ist natürlich keiner Buchmesse würdig, weil 2020 keine Buchmesse stattgefunden hat, aber wir haben ja trotzdem Gewinner. Und im Jahre 2020 gewann Dieter Zöpfel, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, aus dem Hansa Verlag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unter den ganzen Büchern, die ich bisher gelesen habe, ist das ein Buch, wo ich sagen würde, wohl verdienter Preis. Tatsächlich hat mir dieses Buch so gut gefallen, dass ich schon das auf meine Wunschliste gesetzt habe. Ich werde es mir definitiv nochmal zulegen. Ich werde definitiv meine Kinder irgendwann mal das ans Herz legen zu lesen, denn wir haben hier ein phänomenales Werk. Ein Kunstbuch, nicht nur dadurch, dass es halt Illustrationen hat, was tatsächlich durchgehend immer wieder hat. Also wir haben hier immer wieder aufgelockert durch irgendwelche Illustrationen das ganze Buch über. Nicht nur deswegen ist es ein Meisterwerk, sondern es ist einfach ein Kunstbuch im Sinne vom Schreibstil, von Ideen, von Reichtum an Umsetzung eines Themas. Es geht hier drin um Lucy Schmurrers. Sie ist 13 Jahre alt und eigentlich ist das ganze Thema einfach ein Erwachsenwerdenbuch. Es geht hier halt um erste Liebe, es geht hier um ein bisschen Verzweiflung, weil sie unbedingt Geld zusammenkriegen möchte, um nach Berlin zu fahren, um die Ex-Partnerin ihrer Mutter zu besuchen, beziehungsweise dorthin zu flüchten, weil sie den neuen Partner ihrer Mutter nicht leiden kann. Und wie ihr schon raushört, es geht hier unter anderem um Bisexualität, denn ihre Mutter war vorher mit einer Frau zusammen, ist jetzt mit einem Mann zusammen. Und ich finde, die Autorin hat es geschafft, es in diesem Buch zu verweben, in eine Geschichte, die null erhobenen Zeigefinger hat, null hervorsticht in, guck mal, ich muss ja zeigen, wie tolerant ich bin und deswegen habe ich jetzt eine bisexuelle Beziehung hier reingebaut. Das ist so schön in die Geschichte hineingewoben, dass es ganz normal erscheint. Und auch für Lucy erscheint es völlig normal. Sie ist irritiert, als mal jemand eine Frage stellt, die sie aus einem Wolken reißt, dass es halt irgendwie was nicht Normales sein könnte, weil sie völlig normal, und genau das wünsche ich mir eigentlich für unsere Gesellschaft, dass wir das als ganz normal ansehen, dass ich nicht das Gefühl beim Lesen von Büchern habe, ich habe hier was Besonderes, wo der Autor extra darauf hindeutet, guck mal, ich habe hier eine homosexuelle Beziehung drin und ich bin ja ganz toll, weil ich dafür bin. Hier wurde es ganz normal eingeschrieben, ganz normal verwoben in die Geschichte von Lucy, ohne hervorstechend zu sein. Und das fand ich großartig. Auf jeden Fall möchte Lucy halt Geld zusammenkriegen, um halt eben nach Berlin zu fahren, zu der Ex-Partnerin, und nimmt einen Job an. Da hat mich so ein bisschen die Haare gesträubt, weil ich selber Kinder habe und sie ja noch sehr jung ist. Auf eine Anzeige antwortet sie und geht zu einem wildfremden Mann nach Hause, um seinen Hund Gassi führen zu können, damit sie halt das Geld verdienen kann. Und Herr Klingel stellt sich als ein sehr skurriler alter Mann, der sich irgendwie verfolgt fühlt und der ihr was von Drachenherzen und Phönixen erzählt, völlig sehr, sehr, also völlig irgendwie neben sich stehend. Doch Lucy nimmt sich irgendwie seine an und spielt diese Spielchen mit, um eben halt eben das Geld zu verdienen. Und es ist so eine wunderschöne Geschichte. Ich fand es so krass. Ich habe es so genossen. in dieser Geschichte zu sein. Ich wünschte mir, die Autorin hätte noch mehr geschrieben. Das ist nämlich ihr Debüt-Roman. Sie hat zwar, da steht hier drin, sie hat schon mehrere Drehbücher geschrieben fürs Kino, Theaterstücke und Bilderbücher, aber das hier ist tatsächlich ihr Jugendbuch-Debüt. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass sie noch viel, viel mehr schreibt. Ich meine, ich kann euch ja mal ein paar Themen aufzählen, die hier alles eine Rolle spielen. In diesem dünnen Jugendbuch. Und alle ihren Anklang finden, alle bis zum Ende ausgearbeitet sind. Nichts irgendwie fehlt, nichts weggelassen wird. Wir haben das Thema Bisexualität. Wir haben Probleme mit Eltern. Wir haben Mobbing. Wir haben Erwachsenwerden. Erste Liebe. Jeder, ähm, dass jeder Mensch einfach so ein bisschen verrückt ist. Und das Verrücktsein auch ein bisschen gut ist. Wir haben Toleranz, Selbstbewusstsein, Loslassen lernen, ähm, das Thema Allgemeinfamilie, das Thema, ähm, Selbstbewusstsein vor allen Dingen, finde ich. Denn Lucy ist so eine super selbstbewusste, gestandene junge Frau und trotzdem unsicher. Ich weiß nicht, wie die Autorin es geschafft hat, mir die Protagonistin so ans Herz wachsen zu lassen. Sie ist auf der einen Seite halt wie ein jugendlicher Pubertierender, auch halt naiv und nervös und, und, und. Und auf der anderen Seite stellt sie sich hin und sagt, mir doch egal, was die anderen sagen. Ich will da nicht mitmachen. Und das fand ich so schön und glaubwürdig auch rübergebracht. Sie war eine grandiose Protagonistin. Es war ein grandioses Werk. Ich kann es absolut verstehen. Das ist das erste Mal in all dieser Zeit, in die ich Bücher gelesen habe, wo ich nicht hinterfrage, warum dieses Buch einen Preis gewonnen hat. Wo ich nicht hinterfrage, warum ausgerichtet dieses Buch gewählt wurde. Es ist großartig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben hier so viele wichtige Themen, so viele Weisheiten, die nicht einfach plump da hingeworfen wurden, sondern richtig schön im Kontext, im Text stehen. Großartig. Ich kann es euch echt empfehlen. Hier steht ein Buch für alle, die wie Lucy gerade erwachsen werden, die noch nie vom toxischen Schocksyndrom gehört haben, für alle, die an Einhörner glauben oder es nicht tun. Super, super, super Buch. Ich kann es euch empfehlen. Lest es. Lest, wenn ihr gerne Jugendbücher lest, dann lest es. Es ist ganz toll. Für alle junge Leute, die dieses Video sehen, lest es. Ihr könnt noch eine Menge über unsere Welt lernen. Und der Titel passt wie die Faust aufs Auge. Großartig. Großartig. Ich habe mich echt gefreut, dass ich das Buch gelesen habe. Und ich werde weiterhin das Jugendliteraturbuchpreise im Auge behalten. Ich glaube, es gibt durchaus noch so einige Schätze, die in den nächsten Jahren vielleicht da kommen werden. Ich finde die Entwicklung super. Also ich fand ja schon, dass vor zwei Jahren, glaube ich, oder vom letzten Jahr, ich weiß nicht mehr genau, fand ich auch schon sehr, sehr gut. Habe ich auch schon gelesen. Also, ich finde, ja, ich war sehr, 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 sehr begeistert. Das merkt ihr, glaube ich, an meinem Aussprache und an meiner Euphorie über dieses Buch. Denn es ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Kennt ihr es? Habt ihr es gelesen? Beschäftigt ihr euch überhaupt mit Jugendliteraturpreisen? Ich weiß, die meisten auf Booktube interessieren sich eher für die Literaturpreise für Erwachsene. Ich finde aber, gerade die Jugendbücher haben oftmals noch mal so ein bisschen was Besonderes. Und bei den deutschen Literaturpreisen habe ich das Gefühl, schreibt man einfach über Zweiten Weltkrieg oder DDR oder schwierige Kriegsgeschichten, hat man sowieso schon die Nase vorn. Was mich null interessiert. Und deswegen finde ich, so Jugendbücher haben einfach viel, viel mehr Themen, die mich tatsächlich ansprechen, die ich aktuell sehr, sehr wichtig finde. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich es gelesen habe. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch mit sowas aufeinandersetzt. Ob ihr da überhaupt irgendwie Wert drauf legt, wenn ein Buch einen Preis bekommen hat. Ob ihr es deswegen dann lest oder erst recht dann nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Dann könnt ihr noch weitere Rezensionen von meinem Kanal sehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann.